Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Über die Psyche eines Selbstmörders wusste ich rein gar nichts Ich habe eher das Gefühl, dass dieser ganze Fall ein großer Fehler war Hey Toka, bist du es wirklich? Lass mich raten Du bist ein Schulfreund von Toka Miyashita Oh, where are you now? Have you gone away? Here now Is it just a look-alike? All of the world is slowly changing You know why? I cannot see from here 昨日を見た夜では誰かに呼ばれてた 振り向けの底には消えもせず偽った Oh, my gosh Can you see the meaning inside yourself 不意に笑い消えた声 Naぜに出会い? Naぜわから? その意味も知らず So, can you see the meaning in your darkness Ich bin nicht Hukamiyashita. Im Moment bin ich Boogie-Pop. Aus irgendeinem Grund habt ihr es bisher noch nicht gemerkt. Aber diese Schule? Nein. Die gesamte Menschheit schwebt in großer Gefahr. Und genau deshalb bin ich in Erscheinung getreten.